Zeig mir, was dieser Dicen kann, Habibi. Ich zeig dir, Habibi. Gott! Wow, rollerisch ein kleiner Bibi. Oh mein Gott! Du kostest so viel, Bruder! Warum? Mein Lieblingsaufsatz, den werde ich immer benutzen. Spray! Teamarbeit! War das einfach ein Föhnland? Okay, let's go! Oh mein Gott! Wow, das hört schon an wie ein Staubsauger, Junge. Krass, ja? Das sieht aus wie nach einem Friseur. Aber weißt du was, ich dachte, ich dachte, das ist wie ein Zauberstab. Du machst so Bimsa, La Bimsa, Brina und dann sind die Haare da. Wo gibst du was? Wo gibst du was, hä? Boah, das sieht echt brutal aus. Sag mal so, du kommst direkt vom Friseur, gehst hauptseil. Da, Junge!